Ja, hallo! Einen wunderschönen, meiner Meinung nach unglaublich heißen, warmen Dienstagabend aus dem Malohehofstudio. Ihr habt das sicher alle gemerkt draußen, auch ich habe es gemerkt, die Energie beitschneiden in die Höhe. Es ist fast nicht mehr auszuhalten. Antriebslosigkeit, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, 37 Runden, Tränen im Bett und so weiter. Ich weiß, wovon wir sprechen, ich erlebe Silber am eigenen Leib und wir merken immer wieder, dass Wasser und Aloe hier sehr viel machen kann. Und wir haben da heute, oder haben aufgrund dessen, weil wir ja wissen, was die nächste Zeit kommt und auf die letzte Tage gelaufen ist, haben wir wieder ein, meiner Meinung nach, sehr tolles Paket zusammengestellt. Die Margit hat mir das Ganze von der geistigen Führung auch so weitergegeben. Wir arbeiten da ja sehr eng zusammen. Ich bin immer ein bisschen der erdige Typ, die Margit gibt mir das Ganze weiter von oben. Und schlussendlich wissen wir ganz genau, dass wir für euch wirklich immer das Beste tun können, um euch über diese, na, es sind keine schwierigen Zeiten, über diese schönen Zeiten helfen zu können. Und natürlich spielt da jetzt auch die Hitze, die Trockenheit, das Ganze auch eine große Rolle. Das spielt zusammen. Und unsere Idee und unsere Paketvorschlag an euch ist einmal ganz was Neues. Und zwar habe ich ja letztes Mal dieses Wasser im Paket euch gesagt. Einmal zwei Behälter vom Wasser, ich muss es so halten, diese 5 Liter Wasserbehälter mit basischem Wasser. Das heißt, komplett gefiltert und gereinigt. Hormone 99%, Pflanzenschutzmittel fast 100%, organische Verbindungen 99%. Also wirklich gereinigtes, sauberes Wasser und zusätzlich ionisiert. Also reines, basisches Wasser. Unser Gerät kann das bis zu 5 Stufen bearbeiten, das Wasser. Also wir versenden jetzt im Normalfall die Stufe 2, weil wir wissen, dass es die verträglichste Stufe ist. Je mehr das Höhe rauf geht, 3, 4, 5, sind sehr, unter Anführungszeichen, anstrengende Stufen. Also ihr bekommt einmal die Stufe 2. Da gibt es zu einem Paket nur zweimal das Wasser. Dann gibt es einmal ein Paket zweimal Wasser plus diese zwei Wasserkleber. Zu den Wasserklebern entschuldigen, dass ich mich kurz abwende. Kurz folgendes, weil sehr viele Fragen kommen. Die Wasserkleber bekommt ihr so nach Hause geliefert, sind hier oben abzuziehen. Also nur das rote Quadrat wird aufgeklebt. Und hier geht es darum, das Wasser durch Symmetrie in eine neue Lichtschwingung zu drehen. Das heißt, es verfeinert und klärt euer Wasser im Haus innerhalb weniger Tage, wird auf die Hauptwasserleitung geklebt. Jetzt kommen immer wieder Fragen, wo ist die Hauptwasserleitung? In eurem Haus ist es ganz einfach, die wird im Keller sein. Da kommt die Hauptwasserleitung rein. Und in der Wohnung, wenn ich im vierten Stock bin zum Beispiel, geht der Wasserstrang rauf in die Wohnung und geht im Normalfall, bei uns in Österreich ist es einmal so, zu 90% ins Badezimmer rein und wird dann verteilt. Und hier auf der Hauptwasserleitung, auf den Kaltwasseranschluss, das merke ich, Wasserhahn laufen lassen auf Warmwasser. Dann wird eine von beiden Leitungen warm. Die andere ist die Kaltwasserleitung, da drauf kleben. Und im Haus, im Keller auf die Hauptwasserleitung, die sind zu 90% isoliert, mit diesen runden Isolierstreifen. Den Isolierstreifen ein bisschen abziehen, direkt auf die Leitung aufkleben, isolieren drüber und erledigt. Gilt acht Monate, dieser Wassersiegel ist so gemacht, dass er wasserfest ist und leicht zu bekleben. Da gibt es das zweite Paket, zweimal 5 Liter vom basischen Wasser plus zwei Wasserkleber dazu. Einer davon gratis, steht genau im Shop drin. Und dann gibt es das große Paket, zweimal das Wasser, zweimal der Wasserkleber und zweimal unser bekanntes Pro Balance dazu. Warum machen wir das alles in Kombination, weil alles zusammenspielt. Wasser, Kleber, bringt dem Wasser eine gute Energie im Haus. Das basische Wasser trinke ich am Tag, zwei, drei kleine Gläser. Das Pro Balance entzauert in Zusammenhang mit Wasser die beste Symbiose. Ein hochwertiger Mineralium-Calcium-Komplex, der in Zusammenhang mit dem Wasser den Körper durchspült. Einmal richtig entschlackt auch, aber genau diese Kalium-Magnesium-Komplexe im Körper, die die Pose drauf füllt. Also auch hier eine ideale Kombination. Und heute, für diese schweren Zeiten, unter Anführungszeichen, haben wir beim Wasser dabei, das Aloe Sivera. Ich habe es ja schon einige Male gesagt, dass Sivera bei uns der Öffner ist. Alles, was mit Venen, Arterien, Kapillaren, Zellen zu tun hat, wird geöffnet. Und zwar darum, weil die Brennnessel, die enthalten ist in diesem Trink, Silizium enthält. Silizium ist ein Öffner. Bekommen wir über die normale Nahrung nicht. Silizium, Brennnessel, Aloe und Honig in Kombination ist genau die Waffe für unseren Körper, wo uns entgiftet, entfettet, entschlackt und entsäuert. Und zusätzlich den ganzen Körper öffnet. So, das heißt bei uns jetzt ganz klar Leitungen durchputzen. Und die ganzen verstopften Leitungen, die wir im Körper haben, einmal richtig durchspülen. Wie machen wir das? Ihr nehmt dieses Wasser, das im Paket dabei ist, diese 5 Liter. Und ihr könnt das mit stillem Mineralwasser mischen. Bitte nicht mit Leitungswasser. Warum? Das Leitungswasser ist nicht gereinigt. Ist weder gefiltert noch ionisiert. Drum bekommt ihr ja das basische Wasser. Das stille Mineralwasser ist zwar auch nicht gereinigt und gefiltert, aber es ist eigentlich neutral. Ihr habt auf jeden Fall im Mineralwasser die Giftstoffe und den Schmutz nicht drin, den ihr im Leitungswasser teilweise habt. Das ist der Hintergrund. Das heißt, ihr könnt die 5 Liter mit stillem Mineralwasser verdünnen und aufspritzen, wie man so schön sagt. Und gebt dazu 6-7 Mal einen Schuss vom Aloe Sivera. Einfach ins Glas rein und so trinken. Das ist euer Sommertrink von uns für euch. Leichtigkeit, Leitungen durchputzen, öffnen, Energie aufbauen. Zusätzlich das Probalos. Von dem nehmt ihr 7-8 Tabletten entweder Mund mit Wasser oder im Wasser auflösen und so trinken. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt mit dem Probalos 8 Tabletten ins Wasser geben, damit ihr ein Fußbad machen. Das sind ja auch Salz in den Tränen. Und für die, die es gar nicht aushalten sollten, die können sogar mit dem Sivera ein Fußbad machen. Schüssel, Wasser, kaltes Wasser, einen Schuss Sivera rein. Ist zwar fast ein bisschen schade drum. Und ihr werdet sehen, dieses Aloe Sivera zieht euch auch diesen ganzen Müll, den ihr den ganzen Tag mitnehmt, aus eurem Körper raus und leitet den ins Wasser ab. Also das ist unser Paket für die jetzige ziemlich heavy Zeit. 5 Liter vom basischen Wasser, 3 Flaschen vom Aloe Vera Sivera und einmal eine Dose Probalos. Gesamtpreis vom Paket 145 Euro. Steht ab morgen im Shop. Und jetzt habe ich euch noch einen Sommerzuckerl. Viele von euch kennen unseren Aloe Spray. Den habt ihr auch sehr, sehr viel bestellt und viel im Einsatz. Der Aloe Spray wird bei der Firma LR, wo wir das Ganze beziehen, mit 13 Hellkräutern angereichert, hat 80% Aloe Vera. Was sind die Anwendungsbeispiele? Er konzentriert die Hautpflege. Erfrischend, kühlend bei Hautverletzungen, bei Wunden. Ganz großes Thema ist Sonnenbrand, Hautirritation. Also wer im Garten arbeitet, Sonnen geht, den Rücken einsprühen, kühlt und lindert den Sonnenbrand in kürzischer Zeit. Hautreizungen, Schwellungen, leichte Verbrennungen, Hautabschürfungen, Entzündungen, Verstaubungen, Zerrungen, Prellungen. Ganz wichtige Insektenstiche. Mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass wir hier im Brinkensowald Hummeln und Hornissen haben, in noch nie gekannter Größe. Also da kommen teilweise halbe Ufos. Das sind Hummeln, die haben keine Ahnung, wo die kommen. Und ich hoffe, ich habe keine Berührung mit solchen Tieren. Wenn euch eine Wespe, eine Biene, bleiben wir mit einem harmlosen Sticht, auch Mücken, die sind ja momentan auch sehr, sehr stark unterwegs, die betroffenen Hautpartien einsprühen, auch bevor ihr schlafen geht, weil die Mücken und die Stechmücken mögen den Geruch von Malohe nicht. Und ihr habt viel weniger Probleme mit Insektenstichen. Wer strohiges Haar hat, trockenes Haar, bringt Feuchtigkeit, kann als Massageöl verwendet werden, bei offenen Stellen, bei Schuppenflechte. Wer viel in die Berge geht, wer unterwegs ist mit dem Bike, spendet Feuchtigkeit, reguliert bei regelmäßiger Anwendung den Fußschweiß, erfrischt müde Beine, kann bei Schuppen angewendet werden, Insektenstiche habe ich eh schon gesagt, zur Vorbeugung die unbedeckten Hauptflächen, bevor ich ins Becke einspringen. Fußpilz, Nickelallergie, Nachttätowierungen, Hornhaut, Zahnpflege als Mundwasser und auch für Tiere. Also ganz, ganz ein breites Anwendungsspektrum, habe ich euch aber auch schon viermal in den Videos gesagt. Und wichtig ist bei uns immer, ihr bekommt ein Doppelpack von diesem Emergency Spray, Erste-Hilfe-Spray von uns, und bei uns ist immer die Produktinformation dabei. Was sind Inhaltsstoffe, wo kann ich ihn anwenden, wie wende ich ihn an, wird immer im Paket beigelegt. Im Normalfall kostet eine Flasche vom Spray, das sind 400 Milliliter, da kommt ihr auch lange durch mit dem, kostet bei uns 23,40 und wir bieten euch jetzt ein Doppelpack an, und das ist wirklich ein tolles Angebot für sensationelle 35 Euro. Statt 47 Euro, 35 Euro, gibt es aber nur im Doppelpack. Ist absolut kein Problem, bestellt den euch auf Vorrat, also ich habe jetzt da die Neueschen, die ich hier habe, haben wir September 2025, da kann überhaupt nichts passieren. Das ist ein Erste-Hilfe-Produkt, das in jede Hausapotheke gehört, die man da zu Hause haben muss, zu einem super tollen Preis, und ihr könnt wirklich sehr, sehr viele Anwendungsgebiete damit abdecken. Noch einmal ganz kurz zum Wiederholen, die Wasserangebote bleiben so, wie sie sind. Heute das neue, ich nenne es mal Erschöpfungsenergiepaket, 5 Liter basisches Wasser, 3 Flaschen Aloe Sivera, und einmal das Pro Balance für diese 145 Euro. Und wie gesagt, ihr könnt das basische Wasser mit stillem Mineralwasser mixen, bitte noch einmal nicht mit Leitungswasser. Macht ja keinen Sinn, weil ich fülle es für euch vom Leitungswasser ab, lasst es durch die Maschine durch, reinige es, ionisier es, damit ihr basisches Wasser habt. Darum steht das Mineralwasser dazu und 6-7 Mal einen Schuss Aloe Sivera rein, das Ganze so trinken. Pro Balance 7-8 Tabletten, ihr könnt das auch ins Wasser geben für ein Fußbad, und wie ich gesagt habe, für die ganz Hardcore Aloe Verianer, Sivera ins Fußbad rein, Füße rein, und ihr werdet sehen, wie das Sivera euch diesen ganzen Müll, den ihr am Tag aufzieht, aus dem Körper rauszieht. Das ist meine neueste Information vom Aloe Hof. Die Angebote werden am Morgen im Schub sein. Wie immer ein bisschen Geduld haben mit der Bestellung, wir geben uns Mühe, ich gebe mir Mühe, dass wir so schnell wie möglich rausgehen, bevor wir am 9. Juli uns verabschieden. Machen wir ein bisschen Urlaub. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Genießt es, auch wenn es ein bisschen heiß ist. Froh seid, dass wir ein schönes Wetter haben, dass wir die Sonne genießen können. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, Tschüss.